lieber herr lieven seien sie versichert wir versehen unseren schweren dienst nicht gern aber der dienst einer nation verlangt es also machen sie uns diese oft unerfreuliche tätigkeit nicht schwerer als nötig erzählen sie uns alles ich wüsste nicht was ich ihnen noch zu erzählen hätte zum beispiel die geschichte mit unseren aufkäufern monsieur berger monsieur de lesseps gold schmuckte wiesen mit unserem geld gekauft und alles futsch das ding haben sie doch gedreht wenn sie ohnehin schon alles wissen wir wissen aber wir wollen es noch mal von ihnen hören weil sie ein kluger junge sind weil sie einfälle haben und jetzt seien sie vernünftig und reden sie auch meine zeit ist begrenzt also was wollen sie wissen wo das ganze zeug von berger und das herr pin gekommen ist und mit wem sie zusammengearbeitet haben wir müssen uns leider auch ihre komplizen vorknüpfen an die kommen sie nicht ran die sitzen doch in marseille wir auch in bell wir auch